machen wir mal so und dann schließen wir erst mal die straße wieder an und das muss dann dahin warum weiß ich immer noch nicht aber sie jetzt davor gemacht also belassen wir es dabei und gleich arbeiten noch hier damit es schön aussieht und dann müssen wir da noch irgendwie ein depot rein quetschen besten hier irgendwo jetzt meine roh das ist riesig jetzt gehen wir es so machen dann würde das gehen hier gerade so hier so hier 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 bei Es war jetzt klar, dass das nicht geht. Oh, ja, haha. Okay, das ist elektrisch. Sehr gut, dann haben wir hier eine neue Linie, ach so, die müssen wir erstmal noch irgendwie durch die Stadt führen, oh je, oh je, oh je, ähm, oh je, ähm, oh je, ähm, oh je, oh je, ähm, okay. Da lasse ich mir jetzt mal schnell was einfallen, weil ich möchte natürlich nicht, dass die Züge so extrem schnell hier durchrattern durch die Stadt. Deshalb werden wir jetzt hier ein paar Kurven einbauen, weil von da geht es jetzt nämlich hier runter. Kein Stückchen weiter können wir noch. Und dann gehen wir hier runter mit 60. Gehen hier entlang. Gehen hier entlang. Gehen dann da weiter. So, Moment. Jetzt ist ja bloß die Steigung zu groß. Ja wunderbar. So. Hier funktioniert auch 1a. Sagen wir mal fast. Kein Übergang müssen wir noch richtig machen. So. Oder wie gesagt die Zwischenteile. So. Sehr schön. Sehr schön. So. 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 Jetzt gibt es dann ein Problem, weil das nicht mehr eine Straße ist. Das ist natürlich auch dumm. So. 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 Das ist eher schlecht. Das ist die Frage jetzt hier runter. Ja, etwas zumindest. Weil ich würde dann doch ganz gerne diese Häuschen hier stehen lassen. Zumindest die Industrie. Okay, das war anscheinend zu viel. So, und dann wird es hier nochmal ein paar Problemchen geben. Und zwar mit der Einfädelung. Ich setze sie jetzt mal auf 100. Okay, hier geht es irgendwie nicht. Äh, Schiene. Ah, fuck. So. Zack. Sehr gut, weil dann machen wir nämlich einmal hier hin. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Das müssen wir hier auch mal modernisieren. Und dann ist er hier schon der Abzweig. Das können wir so lassen. Und dann ist hier noch eins hin. Das ist okay so. Ähm, den hier müssen wir ausbauen. Für drei. Jetzt muss ich kurz die Züge hier rausholen. Was geht hier hin? Werkzeuge Kühdorf. Okay. Hier geht hin Lebensmittel. Da fahren sogar zwei. Kühdorf Nord, Kühdorf Zentrum. Jetzt ist die Frage, welcher ist wer. Du bist der. Du bist der. Das heißt, das können wir zu machen. Alles klar. Moment. Ähm. Hm. Ja. Moment. Ähm. Warum liefern wir zweimal? Warum liefern wir zweimal?